Auf dem Salzburger Hauptbahnhof sind also vergangene Nacht 1500 Flüchtlinge gestrandet. Sie wollten von Ungarn mit dem Zug nach Deutschland. Die späten Züge hatten aber keinen Anschluss mehr nach München und die Flüchtlinge mussten am Bahnhof ausharren, darunter viele Familien. Dutzende Salzburger haben spontan geholfen. In der Früh sind dann alle Flüchtlinge nach München weitergefahren. Raffaella Scheidreiter und Tobias Pötzelsberger berichten. Das Rote Kreuz hat hier noch zur Sicherheit eine Station aufgebaut. Doch es ist ruhig am Salzburger Hauptbahnhof. Kein Wunder, Ungarn hat ja zumindest tagsüber den Flüchtlingen die Weiterreise mit dem Zug in Richtung Deutschland wieder verboten. Aber gestern Nacht kann sich eigentlich jederzeit wiederholen. Das war eine Nacht, die außergewöhnlich war und aufwühlend. Geisterstunde in Salzburg und der Hauptbahnhof geht über. Etwa 1500 Flüchtlinge sind es, darunter viele Kinder. Erschöpft schlafen sie auf dem Boden. Dazu die Erwachsenen, auch müde, aber keiner hier ist am Ziel. Alle wollen sie nach München, nur der Zug hat sie in Salzburg ausgespuckt. Endstation. Wenigstens haben sie den Krieg hinter sich gelassen. Es war eine gefährliche Reise, aber wir sind da und glücklich. Viele haben ihr Leben verloren. Es war gefährlich und wir haben in mehr viele Begleiter verloren. Jetzt geht es uns langsam aber besser. Wir fühlen uns willkommen und auch sicher. Die Flüchtlinge sind nicht allein. Schon am frühen Abend kommen private Helfer zum Bahnhof. Sie kaufen Wasser und Lebensmittel, packen alles in Säcke, schnell zum Verteilen, wenn die Züge stehen bleiben. Es ist so, ich komme aus Bosnien und ich kenne schon dieses Gefühl, wenn du einfach in der Zug oder Bus oder irgendwo hinsitzt mit den Kindern und einfach gehst irgendwo und weißt nirgendwas, ob irgendwer wartet auf dich, ob du Nahrungskriegst. Da sind Menschen, die ankommen, die brauchen was zu essen, die brauchen was zu trinken. Man geht einfach zum Bahnhof, wenn man was kaufen kann und kauft was und stellt sich da hin und verteilt das verdammte Scheiße. Da gibt es nichts. Es gibt keine Ausreden. Aber unter die Hilfsbereitschaft mischt sich auch Ärger über die Politik. Das ist eine Frechheit und dass auch jetzt nichts unternommen wird. Was wird passieren, wenn wir ganzen Helfern nicht da wären? Und das ist eine Katastrophe. Und wir stehen jetzt da, wir zerbrechen unseren Kopf, was wir machen sollen. Die lieben Politiker oder wer andere in irgendeiner Funktion, die autorisiert sind, da etwas machen zu können. Und die müssen einfach was tun. Und das ist ein Wahnsinn. Allerdings, es gab sehr wohl einen Krisenstab der Behörden und auch Asyllandesrätin Berthold war die Nacht am Bahnhof. Je später der Abend, desto mehr Menschen helfen jedenfalls. Es werden 40 oder 50 Leute. Sie haben zu tun. Die Züge bringen mehr Hungrige und Durstige. Die Helfer kaufen den Supermarkt leer. Die ÖBB übernehmen die Rechnung. Die Menschen sind alle müde zwar und niedergeschlagen. Aber sie sind nicht aggressiv. Sie verhalten sich gut und wir werden das schon schaffen. Kurz vor Mitternacht kommen die Profihelfer vom Roten Kreuz und dem Magistrat. Sie bauen Feldbetten auf, verteilen Decken. Es geht runter, aber es ist friedlich. Wir betreuen die Patienten, die eine akute Erstversorgung benötigen, weil natürlich, die eine lange Reise hinter sich haben und hier auch medizinische Probleme aufgetreten sind, kümmern uns in der Priorität natürlich primär zunächst um die Kinder und die Familien. Die Nacht zieht vorbei. Es ist eigenartig. Denn laut Fremdenrecht und EU-Gesetzen dürften diese Menschen nicht hier sein, müssten von der Polizei ausgewiesen werden. Die hält sich derzeit aber zurück. Wir als Polizei können hier Migrationsströme bekanntermaßen nicht lenken. Wir können nur Schlepper bekämpfen. Das heißt, Sie konzentrieren sich auf die Schlepper und lassen die Menschen in den Zügen ziehen? Wir sind tagtäglich mit Schleppern konfrontiert. Das heißt, wir haben auch seit Jahresbeginn über 50 Schlepper festgenommen. Die Hälfte davon in den letzten zwei Monaten. Und dementsprechend sind wir hier verstärkt im Einsatz. Um vier Uhr früh fährt der erste Zug in Richtung München. Großes Gedränge. Alle wollen rein, nur ein paar dürfen. Die anderen müssen auf die nächsten Züge warten. Die Stimmung ist angespannt. Ein Mann hat seine Familie im Zug, darf aber selbst nicht mehr hinein. Er läuft los, aber er weiß wahrscheinlich selbst nicht, wohin. Ja, das sind Bilder, die durch Mark und Bein gehen. Bei mir ist jetzt einer der Einsatzleiter, Magistratsdirektor Martin Floss. Herr Floss, heute hat Ungarn den Flüchtlingsstrom wieder gestoppt. Aber klar ist, das kann eigentlich jederzeit wieder passieren. Was machen Sie dann? Nun, es liegt nicht in unserer Hand. Das kann jederzeit wieder passieren. Wir versuchen aus den gestrigen Ereignissen unsere Schlüsse zu ziehen. Das Rote Kreuz, wie man im Hintergrund sieht, hält sein System hochgefahren. Die Stadt Salzburg wird weiterhin für technische Hilfeleistungen durch die Berufsfeuerwehrgewehr bei Fuß stehen. Und ich bin sicher, dass die ÖBB und auch die Polizei den Einsatz vom gestrigen Abend, von der heutigen Nacht evaluieren werden und die Abläufe verbessern. Das kann ja kein Dauerzustand sein. Das wird hoffentlich auch kein Dauerzustand sein. Tatsache ist, dass sämtliche Reisenden weiterreisen wollen. Sie wollen keinesfalls in Salzburg bleiben. Sie wollen auch den Bahnhof nicht verlassen. Daher geht es uns in erster Linie um die Notversorgung hier vor Ort. Gestern waren schon am Nachmittag die ersten Aktivisten hier, haben privat geholfen. Und aus deren Reihen gab es dann die Kritik, die offizielle Hilfe sei sehr spät gekommen, erst kurz vor Mitternacht. Was sagen Sie dazu? Nun, kurz vor Mitternacht ist es jedenfalls unrichtig. Tatsache ist, dass die offizielle Information an die Bezirksverwaltungsbehörde erst um 20.36 Uhr erging. Und unverzüglich haben wir uns hier in der Polizeiinspektion Bahnhof eingefunden, um mit der Polizei, dem Roten Kreuz und der Stadt Salzburg hier einen Notversorgungsplan zu schmieden, der letztendlich auch gelungen ist. Also hat alles geklappt aus Ihrer Sicht? Aus unserer Sicht hat alles perfekt geklappt. Unsere Ziele waren, den Bahnhof betriebsfähig zu halten. Das ist uns gelungen, die Weiterreise zu ermöglichen und eine Notversorgung auf die Beine zu stellen. Das hat funktioniert. Danke, Martin Floss, für dieses Gespräch. Das war es hier vom Salzburger Hauptbahnhof. Zurück ins Studio. Zurück ins Studio. Ja.